Wir scheitern mit unserem Segelboot Eos in der Biskaya. Trotz langer Vorbereitung wollen wir nicht mehr weiter segeln und stolpern zufällig über einen bekannten, sehr alten Weg. Dass wir mit Eos genau am Jakobsweg gestrandet sind, führt zu einer ganz neuen Idee. Wenn wir das Kap am Ende der Biskaya nicht mit Eos erreichen können, dann werden wir wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.